so ein wunderschönen jahr will come back frieden 2 level 19 ja größer so wird auch nicht mehr das nervige lüfter gelüfter weil ich habe jetzt mal wieder seit lange vor meinem rechner ein bisschen gereinigt so mir fällt gerade auf ich habe die ganze zeit immer noch hier die gamma wert an gamma 1 war schon viel besser was so okay ich dachte kam von da eine w Jedi war ja ja Oh! Oh! Das Feature kann sich noch gar nicht. Kommt die hier nicht rein oder was? Oh, okay. Ah! Oh! 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 Was? Ach, da hinten. Oh! 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 Gut, hier ist eine rote Tür. Hier kommen wir erstmal nichts weiter. Danke dafür! was hilfe was ist passiert warte ich jetzt halt mal speichern was hä mir fehlt doch nur drei Raketen oder nicht oh ne mir fehlt ein vier wow fuck ach Gott bitte die Gänzbästchen da kommt her ach so ich habe gerade jemanden gehört die Frage ist nur wo der ist aha gefunden so hier war auch noch einer die Tonegob war dabei bin ich doch wer lerke ich irgendwer benennt ach ich kann mal weiter ok das erklärt dann wohl einiges von den Fehler ach so kann ich auch lang na gut da oben oder was ach so ach so dann hier einmal runter rennen ah loll sag mal wo ist die der verfickte Revenant der ist doch da unten oder der ist doch ich glaube hier oh mein Gott oh mein Gott na super oh god, das ist ohne welche gut, wir gehen erstmal hier hin ich würde gerne wissen, was dieses Ding hier bedeutet so viel secret oder was sehr verdächtig oder eine Falle kann natürlich auch sein wir kriegen ja relativ viel scharfe Munition wo bitte war es? alter, ich dachte der war weil er so zurückgefuckt weil er so am zurückgewischen ist der dachte, ich habe ihn irritiert, aber der schießt gleich weiter ja doch Arschloch muss man hier echt draufhalten und sich mal abwinken oh, die sind schon tot wieso sind die tot? ok gut, jetzt muss ich da rüber und dann da runter das macht Sinn das ist genauso wie bei der anderen Seite ich speichere mal vorher vor diesem Kunststück wow ja, war doch klar hä? ich kriege hier drauf Schaden? haben die einen Schaden? jetzt erwartet, das machen wir aber anders so ja dann graf ja so ist hier ein Secret ach so, ist das wow das war das, wo ich gerade gerade wow das war ach, das ist mir doch ich mach hier echt alles falsch alles falsch was man falsch machen kann so, fuck off hier geht's doch gar nicht hier ist das kein Secret kein nichts kein gar nichts ach, ich will schon so, jetzt war das, wo ich gerade meinte mit hier muss man weiterrennen ach, du Scheiße äh uah ach du Pfad alter das ist doch gar nicht oh man ey ok, da sind ganz viele von diesen Viechern ich brauche einen Unterflug uah, das ist ja dumm ich brauche einen besseren Unterflug was? aber man wird ja automatisch teleportiert das ist ja alter und man wird jetzt nicht genau diese Scheiß äh, Schussbahn von diesem äh, Archer-Tronkel teleportet hier geht doch auf an an Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Tenten flackert noch was, da ist wahrscheinlich noch einer. Wir werden es nie herausfinden. Ah, doch. Wir werden es natürlich herausfinden. Ach man Leute, was ist denn jetzt schon wieder für eine Kacke? Ah, doch. Ja, das Räuchertum. Ach, Mann, ey, ist doch... Och, nö. Okay. Ja, ich hab's doch nicht aufgelandet. Ach, Gottchen. Ist das ein Traum, ne? Nein, ich mach mir mal meine Motion wieder. So, stimmt, ne? Danke. Ja, ich werde auch nicht aufgelandet. Ich mach es. WDR mediagroup GmbH So, feiert jetzt hier. Gut, diesmal ist da oben kein Lost Souls mehr. Sehr schön. So, ich lasse mal lieber das Licht an. So, jetzt warten wir erstmal, bis alle hier reinkommen. Na, kommt, Leute. Hä? Warne nicht vier spinnen? Ah, gut, ja nicht. Äh, nein, brauchen wir nicht. Aha, okay. Äh, zwei nette Pinkies. Gut. Wir haben die rote Karte. Damit können wir erstmal... Was? Hier rein. Äh, da ist die rote Karte. Und, ja. Aber die neuesten sich ja einen, dauern. Oder, äh, Quatsch. Nicht die, die neuesten sich lohnen. Da geht ja... Da siehst du, die ist hoch und runter gehen. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Geil. Was? Nicht getroffen? Arschloch. Arschloch. Na super, wenn da ein Schalter ist, dann darf ich garotiert fallen. Und so wie ich das letzte Level kenne, wird da garotiert ein Cyberdinger drin sein. Oh Gott. Machen wir hier schön Munition ausnahmeln. So, dann sollte das mal reichen. Wie war es, keine Falle? Was ist denn hier los? Ich hätte gerade mit der übelsten Ultrafalle gerechnet. Das war doch gerade schon viel zu einfach. Okay. Na gut, dann ab in den nächsten Raum. Oh. Oh, na super, jetzt konnte man nicht lang. So, da ist auch nichts. Oh mein Gott. Wow. Ah, das ist mies. Wow, Alter. Fuck. Okay, ich muss hier bisschen Luft lassen. So, jetzt so. Hä? Ach. Ist das Bullshit? Wow. 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 Alter ist das mies. Das war doch quasi gut. Mann. Ich hätte es fast geschafft. Perfekter Scheiße. Ja. Puh. Ha. Affel. Gut. Gut. Noch so gut, das heißt hier im Boden. Okay. Okay. Hier rein. Das ist doch safe. Das ist ein Sequel da. Aha. Ja, da braucht ihr nachher den blauen Schlüssel. Okay. Egal. Ich räume doch schon mal auf. Und jetzt noch mehr oder war es das jetzt? Hm. Egal. Ich geh erstmal hier lang. Hallo? Ha. Megasphäre. Scheiße. Ich bin genau nicht fallig. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nicht sowas. Ich bin tot. Ah super. Okay. Oh fuck. Haha. Ich krieg mir doch leider nichts. Wow. Gibt's doch gar nicht. Na gut. Komm hier. Ich verstehe genau was du von mir willst. Bis hier sind sogar Raketen erfüller. da. Na komm komm komm. Mann. Wie kann man denn so oft das Ding treffen hier? Ah. Ah. Das war doch gut. Was für die Scheiße. Ach. Gott dammit. So. Aber diese ganzen Dinger hier ausweichen. Ist doch. Verrückt ist das doch. Ich muss die Rakete weiter benutzen. Hä? Na ja. Na ja. Ich hab natürlich nicht gespeichert. Aber zu viel Verschwendung. Aber gut. Ja. 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 Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch schon wieder langweilig. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich sowas machen wollte. Ach gut, komm rein, ich gucke her. Was mache ich denn hier eigentlich für eine Scheiße? Ach, das ist doch langweilig hier. Ja, komm, machen wir ja. Wo schieße ich denn eigentlich hin, hier? Das ist schon hart traurig. Äh, komm ich jetzt doch vielleicht zurück, oder? Hä, wie ist das denn jetzt exit? Ja, wow. Wow. Gut, die Frage ist, kriegen wir die blaue Karte her? Hä? Ach ja. Ich will sterben. So, jetzt komm her. Danke schön, Heidi Klöpp. Wo bin ich hier? Irgendwo in Japan. Wo bin ich hier? Also, da bin ich da, wo bin ich da? Ich kann euch nicht da weg, ich ja. So. Wo war denn jetzt dieses andere Pack? Ach, hier konnte man noch weiter. Da kriegt man hier bestimmt auch dieses... Die blaue Kaffe. Ja! Oh my goodness. Whoa. So, ist das hier jetzt wenigstens eine Falle, oder? Auch nicht. Verrückt. Achso, ja, hier hinten. Da. Ich wollte gerade fragen, wie man hier wieder rauskommt. So, jetzt können wir den Blau-Bereich. Was wollte ich ja eigentlich gerade? Ach ja, meine Munition auffrischen. Genau, jetzt geht's hier weiter. Auch wieder so ein Hoch-Runter-Ding hier, ey. Wow. Ach, Mann ey. Oh, komm, wir wiederholen. Oh, Gott. Oh, Gott. Hallo? Ja komm. Ja komm, die runter. Das ist aber jetzt hier nochmal. Äh, jetzt bin ich ja wieder hier. Na gut, okay. Dann lassen wir das. Jetzt hab ich extra die Abkürze genommen, weil ich dachte, da gibt's noch was Schönes und den hab ich dann um mich zum Verbraucht. Wobei dann nochmal dieses andere Päck, wir hatten da irgendwo noch ein Päckchen. Da hab ich jetzt in meinem Wahn doch einfach alles aufgesammelt, was wir jemals hatten. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Richtung das überhaupt war. Doch, das war da oben. Das ist also wieder ganz am Anfang. Die Frage ist nur, wo war der Anfang? Äh, der Anfang... Gott, Alter. War das hier? Nee, hier war das Ziel. Hier war das, genau. Hä? Nee, hier war das Ziel. Nee, Momentchen, hier waren wir noch... Nee, hier war die Kasse. Ja, hier war die Kasse. Ach Gott, schön. Ach, da. Gut. Haben wir zwar nicht das gefunden, was sich gehofft hat zu finden, aber wir haben zumindest nur die Ton gefunden. Yay. Ich weiß nicht, weil das... Ja, eben, wir kommen ja hier normalerweise hin. Gibt's hier unten einen Eingang oder so? Nee. Heißt also, man wird irgendwo hierher teleportiert. Na gut. Interessiert uns, strich, 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 mich nicht weiter. Oh. Wow. Sollen wir noch auf sowas achten? Hä? 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 Ich war schon auf dem Boden. Ich hatte grad irgendwie darauf gewartet runterzufallen, aber ich stand in dem Moment gerade auf dem Boden. Das ist natürlich, äh, ja. Witzig. Oh Gott, das Level sieht doch schon wieder interessant aus. Oh mein Gott. 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 Vielen Dank.